Eine Weile ging es mir dann gut, aber wenn die Drogen nicht mehr wirkten, kam die Wut wieder. Der Teufel kam zurück. Jesus, wie soll ich hier was essen, wenn der Bekloppte da einfach scheißt? Verdammt! Schwester! Hey, sehen Sie sich das an! Du blöder, verfluchter Scheißer! Du sollst ein blödes Mann! Weg es hin! Hör auf damit, sofort! Oh, yes, we go! Yes! Yes, they go! Oh, that's what they call a blödes! Oh! 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 Oh!